aber er hat eine waffe ist nur 9 14 hat gutes kiel das kommt beim tank auf die trades sondern nicht auf die waffe ist keine ahnung sagen wir du hast die wahl zwischen x prozent mehr heilung auf allen holz über goa oder ein item ist immer nicht für die hat zu entscheiden er ist eine als man ist wahrscheinlich frosty karl sein würde ich behaupten gucken wir mal was ist das die gilde kenne ich nicht auch macht aber das ist aber mir auf so eine gilde ist der nomen was ich halt noch nicht aber das ist ja was sechs was soll den gilde keine guten guck mal sehen wir das ist ja jetzt ist der dk vorhin aber da ich habe mit anderen sachen zu kämpfen Prozent dass ich ja doch gar keine guten gilder auf dem server bei Bier ja denn was habt ihr noch tg gaming ja wir haben die jetzt mal ehrlich was habt ihr noch ihr hattet mal tg gaming aber die sind auch irgendwie abgestürzt hier ist er dann sind auch das beste was er da zu bieten hat also die gilder in der da ist die haben bis auf die haben sieben und zehn ich gesagt hebt mich das nicht weil das heißt nicht dass die leute an sich gut sind also sie ist es ja unsere gilde so ich kann ja und wir haben antil des spreadsheets ja wenn es tatsächlich okay die gut ist und intergritier aber auch für diesen blut der karat hat sieht ja aus wie ein riesiges surfboard das ist die challenge war war sie jemand das ist die wollten geläfer oder was auch immer sieht aus wie ein surfboard ich bin in keiner in die heute irgendwie richtig gestorben ich habe gehört 97 prozent so denkt dran erste gruppe mit ball string ist immer ein bisschen anstrengend der anzillte spreadsheet ist 89 und die gilde bauen wir hier im helljagd der platz 89 oder so alle ready schweiß rein was drin nein macht bloß nix wenn du jetzt reinschmeißt denke ich auch kaum du hast doch grad noch gesagt du bist ready nein habe ich nicht der puls ist ganz okay obwohl es muss ja mit dir noch was da challenges kämpfen komm der hat noch buffen drin und flas halt nein ich bin noch nicht bereit ich sitze hier noch mal du hast doch dein waffel drin du hast doch dein waffel drin du hast doch dein waffel drin ja da war gutes gear jetzt kommen wir jetzt endlich jo alt stopp alter ist nicht geht nee jetzt mach halt das ist aber Spaß ja ehrlich jetzt haben wir schon 10 vor 2 weißt du du wolltest den 10 Minuten ins Bett ja macht man hier drei tschüss bitte ruft dann deine mutter an bist du immer noch wach nee du toten der rkwärter loslegen ja ich hab nicht den Stein ich hab den auch nicht guter hat den aber der will nicht der hauert dottet lieber halt ne ich hab den Stein sorry ja schwer hat sich nicht trennen gedacht und dottet immer noch die Leute zu ich hab echt gewartet hier wann konnte der Stein mir endlich reiten haben wir einen Plan ja die beiden vielleicht ein bisschen down machen bitte und dann hoffen dass es funktioniert dass wir hier vor haben ich will dies einfach nur dass die beiden zusammen sterben weil alles andere so macht halt nicht viel Unterschied danke Zenker für die FPS Drops ne ja guck gleich mal wie das wie das hier funktioniert ja da soll noch einer sagen wir hätten keinen Plan wir haben aber keinen Plan ja den der mit jetzt erst ja was ist das denn interessiert mich generell eigentlich wie decay sich Kora du musst mir doch mal sagen wie decay sich hier heilen ist mit solchen affixen ja willst du den decay machen? ja ich hab einen decay ich überlege ob ich die noch dran soll oder nicht he 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 so mir ist auch egal und bitte erst killen jetzt ja und weiß gar nicht und weiß gar nicht weiß halt sowieso nicht warum das andere Ding überhaupt schon gestorben ist niki guck mich nicht ich hab nur mal ein Urteil des Templars gemacht hau jetzt kann mal da naja hau rein jetzt ne komm was ist ja das ohja die sind ach ne das ist super gut eigentlich was hier mit denen ist oder warte mal ich muss mehr ach Gott ey die Gruppe was oh ach toll fangen wir den Dämonen an oh maaaan alter ich 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 weiß ja immer zuerst alles und alles nur weil Zenker dabei ist naja die Moral nach unten hat Zenker zu resettet? ich weiß nicht möglich ach Gorad bestimmt naja äh keine Ahnung ob ich resettet hab ne ich glaub nicht geht um den overall schaden damit wir Zenker mal wieder zeigen können die Nutzers ja eigentlich ist irgendwann Zenker vergleichen gar nicht Pimmel na boah also Gorad vermisst uns auch da ran nicht wie der Mensch hier fahren und trägt dann irgendwo zu zu einem schlechter DT oder schlechter als Zenker und so ja danach trage ich das wirklich ein da kriegst du das mindestens mal das war close weil ich hätte das nicht mehr rechtzeitig runternehmen können äh alter wuster 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 ich seh ihn nicht die Dinger schreisen schon der ist unten runter gesprungen ja wehe die töten mich jetzt musst du die jetzt nicht mitmachen hier die eine alter naja du siehst doch wo die steht oder naja ich hab grad überlegt wo ist denn die jetzt eigentlich hin ich hab grad überlegt wo ist denn die jetzt eigentlich hin soo zahlen uns nochmal rein holt dich aufgeraut aber ich hab's jetzt noch ich hab's jetzt noch ist saved ist noch nicht bereit guck mal die sieht aus wie so ein Indianer die Frage ist zeitlich ne ja warum denn die sind 5 ja wenn eldo geht morgen geh nicht in die Uni na doch ich weiß nicht du brauchst denn nicht ding ist nur du musst ja nicht äh geistig anwesend sein ne ich kann diesen gegenstand egal ich weiß nicht zivilprozess recht kurz mich ehren das ist so richtig stinken was zivilprozess was studierst du eigentlich jura ah ok der will nochmal was anfangen mit seinem leben ne 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 eurer privaten leben redet ich nehme das ganze offen ich frage ich meine gut dass es gesagt hat bankadresse er hat auch hier hier ist mir noch keine zeit zu machen ich hab nur halb voll hast du das gesehen hast du diesen zoll und rap gesehen die einfach nicht von buskamp richtig voll er hat jetzt zweimal die prophezei unterbrochen also du bist der beste nein er mann geht um ihn dass er das einfach von alleine machen und das ist vor allem so gut zu sein der scheine richtig der ist richtig gut also die art und weise das spiel das nechste ich hoffe dass er überzeugt von mir ist er hat sich dann in die fremdlust reingekommen muss ich sagen du bist übrigens aufgenommen haben wir bild und tonrechte achso ne ich dachte jetzt hab's anders gedacht ich bin übrigens aufgenommen in meine fremdlust so hat ich das jetzt eher gedacht ich meine ich meine ich bin ein aufgenommen mit um die gruppe wenn ich bin für uns vorgelegt wenn du mir wünschst und er hat auch passen wo auch als erster zu da der Dater auf die Bühne ja ob und weißen wird es weiß ich auch noch was auch noch nicht ein Wettbewerber damit ist mal wieder vom Sachsen spät ich hab's zu schnell gesagt wie ich es konnte ja mein image ist nicht überzeugend ich will nein 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 also den zinkern der dps ist eh nur so hoch weil du wieder in den apps schießt oder nein das kann doch nicht wahr sein ist wenn man zu nah dran steht da muss ich habe keine ahnung ich bin auch so durchgestorben du wirst jetzt noch ein bisschen und fortschnitt was ich dir sagen kann wenn irgendjemand auffällt den ich besonders häufig heilen musste ich hatte das gefühl dass ich gerade eigentlich nicht einmal innen drin stand ich bin einfach der beste aldo ist einfach gestorben ich habe meinen kick noch ready dann habe ich noch ich könnte die auch alleine machen das würde doch auch viel besser sein ich will nur eine stelle er hat alle aber war nichts mehr toll ein großer was das war dann eine die ganz groß wurde ja ich dachte mir das wäre eine große das ist aber diesmal nicht so ratsam finde ich warum die explodieren ja nicht nee aber die machen das hier so ich glaube da wird eine ziemlich groß oder ich würde mal gucken nee das geht schon guck 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 die sich ach die ganz groß werden das ist in Ordnung guck mal was der boss ja die sind noch kurz gestunnt das würde aber irgendwie dauer machen das geht besser als ich dachte eigentlich ich finde ja es ist ja ja es ist ja ja es ist ja warum spricht der eigentlich englisch mit uns und wenn ich dem sogar deutsch mit dem angesprochen hatte das ist glaube ich bei vielen so einfach intus ja er kann es dem schreiben wir sind übrigens auch deutsch oder keine ahnung er denkt ans auseinanderlaufen möglichst schnell ne oh Gott ich habe noch faszinierend wie bm nach wie vor das messergift für blinzelstöße äh was ich auch ganz geil fand ich habe die woche ein video gesehen von einem arcus 20er mhm die leute haben einen tick überlebt von der pfütze da also wenn sie dann eine sekunde drin standen waren sie tot von dem verbinden haben sie zwei ticks überlebt also der zweite tick war meistens tödlich war interessant also die haben auch relativ lange gebraucht dafür ich habe mir das dann doch nicht in gänze gegeben weil das war mir dann ein was ist aus und den scheiß leg ist das wird dann stimmt ich 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 ernauen mich rein wirst du in je Immer wieder Yes, endlich war nicht ich Danke, oh Jesus Warte mal, haben die das Poison geändert? Lautet das jetzt in Tag Speed, wenn man da drin steht? Ist ja interessant Jetzt war es mal nicht ich Nee Alter, ich hasse dieses Blinzen, da stehe ich rum und kann gar nichts machen Jetzt macht das wieder auf mich die hässliche Potze Der Boss hier ist halt parallel richtig, ich glaube für die Familie Klassen Naja Ich kann kurz mal einen Potze hat er noch, mal schauen Ja, das reicht schon Auch nie mehr, aber Der wird einen harten Pull machen, denke ich Ja Na ja, das wird sterben, ist gut aus Gut, da da Ja 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 Dann hat er sehr viel Ja, es ist auch jetzt nicht so, dass wir keine DPS fahren, aber Ich hab jetzt auch immer so gedacht, ich Burste mal, ich tu mir den Gewalt Könnt ihr das mal enttrapfen? Für die Pass Gott, kein Silence Ich verzichte auch in letzter Zeit lieber auf das Killjaden Trinket Ich verzichte auch in letzter Zeit lieber auf das Killjaden Trinket Wo das halt mehr AOE macht Aber lieber früher, dass ich weiß auch nicht Noch mal ne extra Millionen HP ist halt irgendwie echt nice Ist euch mal aufgefallen, dass der D-Card trotzdem hat noch der D-Card immer der Erste in den Mobs ist? Hm Keine Ja, der achtet halt drauf, weil er losgehen muss, ne? Der lässt uns aber auch ziemlich früh, außer Dingens, ne? Der läuft einfach weiter Ja Äh, Sneaky mach was Ich kann leider nix machen Weiß auch nicht warum, dass ich hier schaue, ich bekomme Du kutzt ja auf mich ja nicht an, aber von zwei Sekunden Rot Ach, genau Den interessiert, ich hab's ja überlebt, ne? Oh nooo Irgendwie hab ich so das Gefühl, die Ich weiß nicht, hier war doch früher immer dieser AOE-Debuff, der so etwas hart getrickt hat Wir sind da aus geworden Ja, der ist doch da grad Im Boden Nein, das ist ein AOE-Debuff, den alle gekriegt haben, so ein einzelner Den meinte ich Den kriegt der auch immer noch Aber haben wir heute jetzt noch nicht Wirklich Also ich Ich hab sogar den Motten, trage der den castet, aber der hat den noch nicht einmal angesetzt Ich hoffe, der lässt mich mal noch dran hüten Naja Hier, das ist es Jetzt hab ich's mal gekickt, aber Ach so, das ist das Auge des Motex, oder was denn das heißt? Ja, genau Das ist Macht diesen irgendwie, ich dort der so kostet, aber Das ist halt auch ewig gedauert, bis ich rausgefunden hab, wer das gemacht hat Und Wann er das macht Wann er das macht Wann er das macht? Wann er das macht? Weil der castet halt irgendwie vier oder fünf Arcane-Boards Ach hab da die Wald mal Ja Da kann man ja Naja Einfach auf die andere Seite stellen Ich kann nicht diesen Gegenstand noch Ja, ja, lass dich nicht He, hab ich dir gedacht, ich sitze Ich sitze Fast alles Wenn du alles sagen soll, da durchschaltest, ist das kein Problem Das ist ganz entspannt Wie ist denn das? Ach auf Sneaky Na klar Mach mal super, Mann, warum bekomm ich die Scheiße? Oh Gott Ähm Ich denke Da Ich meine Burst-Phase wipp, Alter Den oder den Hütet euch Ich weiß nicht, willst du dir K.A.R. dann vielleicht auch für den nächsten Bars aufheben? Ja, denke ich schon Ich meine, hier ist K.A.R. eigentlich halt ein bisschen Besonders, weil jetzt alle schon Burst-Dinge ausgebaut haben Ja, das ist kein Problem, ich kriege gar nicht mehr wieder Du Alter, bist so ein Arsch, die waren direkt neben mir Ja Ich weiß Aber auch in meiner Nähe Deswegen Hier kommt schon wieder, Mann Natürlich Brax-Game Ich glaube ich haste Cap, jetzt brauche ich auch nicht mehr mehr So, auf mir K.A.R. alle oben drin Tank war aber der Schnellere Der Tank macht's aber gut, der zieht auch wenn da irgendwie die Putzen, ne Ähm, gut liegen, dann zieht er den Bus auch da hin Ich glaube ich rip jetzt, weil ich nicht dagegen anlaufen kann Kann mir leider nichts geben Kann mir leider nichts geben Nee, alles gut, alles gut Naja, stimmt, ne Kannst du mal Phoenix Slams benutzen in 10, bitte Was soll ich machen? Phoenix Slams, oh Gott Ja, ich wollte das in Phoenix Slams benutzen Ja, haste gut Pascht Warum war das so wichtig? Ja, ich brauche halt mehr K.R.I.P. Ja, ich brauche halt mehr K.R.I.P., wenn ich größte Das ist halt immer mega gut Das ist halt immer mega gut Und ich nehme schon so viel Damage Achso, ich habe einen D.B. Okay Ja Ja Hand damit überhaupt Ich will auch nur DPS'n, Alter Hätte jede Karte Ich werde echt nichts sagen, aber mit ein bisschen Glück würden das wirklich drei Chests, ne Naja, 10 Minuten Ich habe die eine Phase-Dings gekickt, äh, ich weiß halt nicht wie es mit den anderen aussieht dann Ich bin jetzt auf der Großen, ne Die Große habe ich Achso Ja Ja, das war klar, dass er da ranwirft, Alter Ich weiß nicht warum er da jetzt aggro kult, vor allem die drei Oh, die Oh, der Astralfunke Warte mal Das noch, das noch Kannst du dich nicht kennenlernen Ja, perfekt, Alter Da war doch alles gut Entschuld' mal Vergessener Geist Was, der moved jetzt? Hast du das gesehen? Der moved? Hm Nicht, weil er ihn gekickt hat Ich hab noch keinen Kick ready für ein paar Sekunden, ne Also Kann dir grad irgendwie nicht so viel weiter machen Ja, als ob das ist kein Fortify, als ob das ihr das macht Naja, das macht halt hier Radius und auch Ja, aber wir Ja, und wir haben auch Kippen fertig Naja, du hast ja diese schreckliche Wunde Ja Sagen sicher nicht ein paar Monster mehr dazu ziehen, das ist riesig Nee, nee, es geht darum, dass der Der Lead-Devuf, den du kriegst, ist ja prozentbasiert Und wenn wir keine Heilung mehr kriegen, dann ist halt acht ab, also dann ist es vorbei Agora muss uns ja toppen Ja Wird jetzt hier nicht passieren, aber Ui, was von Kleiner Bus Ja, das geil ist halt, dass der so einen schönen Hubschattensgriffi hat, ne Ja, ich bin ein Ehenfreund von DKs, aber du siehst halt wirklich wenig DKs, weil DK hat den Raid so schlecht ist einfach und deswegen haben weniger Leute DK tanks Na ja Na ja, DK war Oder ist Ne, ich glaube es war Die stärkste Mini-Klasse Klasse vor kurzem noch doch Ja, ich noch ein Scheißersteil Jaaaa Beim Patch war es die stärkste Mini-Klasse Aber es geht um Blutika am Raid Du hast halt Achso Jo Ne, schon für Raid auch Aber Blutika nicht, Mann Ja, Frostika halt Ja, Frost, aber Frostika ist nicht Blutika, Mann Doch, es geht hier nur um Oh Gott, Alter Oh Kann das noch jemand kicken, bitte? Okay, den brauchen wir nicht Irgendwie kamen da wenige Mana-Würmer, oder sehe ich das falsch? Ja, irgendwie ist zwar hinten einer zum Beispiel Ah, die rechte Seite ist irgendwie nicht gekommen Hä? Ja, die sind wir nicht mitgekommen Wieso bin ich im Kampf? Ja, ich bin auch im Kampf Ich komme nicht raus Ah, Blutschattensgriff, Gott sei Dank Ich liebe diese Fähigkeit Oh, ich auch, Mann Ich bin dafür Die ist so gut, die ist so gut Ich find's auch fair, dass das äh, nicht mehr alle DK-Szenar haben, weil der ist einfach zu stark Das ist auch nicht Das ist halt so eine Utility, ist halt wie eine Schockwolle nur tausendmal besser Und ich nehme den Linken zum Kicken Ähm Von, von wem aus links? Von dir aus ist es der rechte Echt? Was? Was? Jetzt zieht ihr auch schön von den Funken weg und so, ne? Das hat halt echt Ordnung Ja, das ist einer der wenigen, die mal wirklich Ahnung kommt, Alter Ich würde den auf jeden Fall gerne auf meine Fremdlist mit aufnehmen Also, ich würde den auch auf sofort gerne Überleg mal, der macht das alles auch nur, dass wir dem irgendwas sagen Mhm 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 Ich... 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 Ich finde den eigentlich mega... Mega... Mega legit den Typen Auto, obwohl ich nicht brauche Legen wir... Legen wir links ab? Ja, Legen wir links ab? Ja, Legen wir links Ach Gott sei Dank Haha Rechts, 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 rechts Ähm Naja Der Tank hat nicht gemoved jetzt Achso, naja, das geht aber, wenn wir so ne Linie haben Aufzeiter rum ist nie voll Ich glaube, der hat erwartet, dass wir irgendwas anders machen Ja, was denn? Naja, dass wir formen... Das hat ja schon so... ...gemacht Das passt, das passt Oh, guck mal Der hat nur noch 21% Wieso? Boah Welche Seite fällt hier? Komm zu uns! Ey, das war jetzt... Ey, das war jetzt... Du kannst rüberblinken Ey, ich wusste nicht... Ey, was? Einer ist links, einer ist rechts Was hab ich denn machen sollen? Ich wusste... Blinkst... Blinkst in die Mitte Das ist ne kurze Leine Das war der beste... Das ist was du jetzt gerade das ablegen Ja, ganz ehrlich Teil der dritte Die ersten zwei so schön und beim dritten Völferkack Ja, übrigens, ne? Nur Gabo, die PS ist gar nicht... Gabo, er nur wieder... Und das ohne... Das gute Single-Tag, ging bei links oder rechts? Links, oder? Ich verwolle, lasse ich vorgehen einfach, ja Wird sich entscheiden... Wird sich entscheiden... Wir brauchen ja auch Prozente Und ob wir nur die machen oder nicht... Ist halt... Aber ich weiß... Ja, ich mein... Bei unserem... Burst-AOI Können wir halt easy die Radbundsum machen... Oder wir gehen rechts gleich in den Gang rein... Wenn sie sich dann vom Linken... ... was zusammenbauen... ... wieder... Wenn er das... Oh ne, okay... Ich hab was anderes gekickt Ähh... Schneller... Ach gut... Also wenn die Mobs noch mal ne Sekunde leben... ... ist das auch wesentlich geiler für mich... So... ... kann ich nochmal die PS machen... Ah ja, dann haben wir ihn jetzt. Der Scheiß. Niki, mach mal das Mikrofon bitte. Ja, die haben wir schon ok. Du zerstörst die Aufnahme. Ist aber auch selten, dass du mal so einen guten Tank hast. Ich hoffe, dass der sich das selber über mich denkt. Ich glaube, ich hoffe, dass der sich das selber über unsere Gruppe denkt. Über mich würde schon reichen. Ja. Dann haben wir sogar 100% wenn wir die Gruppe bekommen. Dann ist er noch drin. Hm, ok. Dann stehst du wieder da. Kriegst wieder keine Prox. Kann stehen oder? Sehen scheiße aus. 2 Minuten 50. Wer haben wir denn jetzt noch? Drei Kisten wären nichts mehr. Den brauchen wir nicht. Ja, es ist wegen dem Typen. Weil der gerade die Mitte geklemmt hat. Der Geist ist gerade weg. Also wir können halt wirklich uns jetzt hier aufholen. Ich habe nicht 10.000 Jahre lang überlebt, um mich von meinem schwanker Land zu ziehen zu lassen. Ja, dann mache ich den dritten jetzt. Ja, ich mache dann den nächsten. Naja, und dann müsste er die Dp wieder haben. Oh Gott. Nein. Dann ist das ganze Zeit. Ich will den nächsten. Toller mal, ich schläge den dann nach. Ja, warte ein bisschen. Das war zu früh. Ja. Ich glaube, das stört die noch nicht. Können wir den mal auf 50% bringen hier? Ja das wäre schon ganz nett Na ist er jetzt soweit Er hat es einfach nie zu viel ran Boah nein Gott Leute Ja jetzt muss man halt aufpassen ne Wegen den Dingern alter ich glaube wir sind stark Äh da dann Wo ist er? Wann hätten wir Fand ich mal der Erste warum? Weil es nie der Erste nur der Erste ist Wir können es doch nur noch einen trappen Hat er den jetzt geagrt oder nicht? Ich hab den angegriffen Ja wir können die ja Meist hätten wir dran vorbeigelaufen können aber Safe Okay Interesting alter das hab ich auch noch nicht so gesehen Den müssen wir aber jetzt machen Seid ihr alle vorbeigekommen an dem anderen? Ja Ich freue mich Ja sieht gut aus Ja sieht gut aus Es reicht Ihr kleine Monster geratet aus der Kontrolle Ach Gott der zieht ihn halt direkt da raus Für Bonus DPS Ich wusste es kommt auf mir Deswegen hab ich mein Bursteads delayed Ich wusste es einfach Kannst du ihn Cleansen zwingle ich mach den nächsten Kick Äh ja mach den Ich kann doch wieder kicken dann Ja mach einfach Was es dumme ist wenn du eine Fläche unter dem Boss machst Dann der Tank die immer da wieder raus zieht Na ja Ah die drei Truhen sind aber abgelaufen Aber zwei werden es Ja Ich weiß nicht Das ist der erste Plusfotzen An diesem Patch den wir in Time machen Das schneide ich raus Pfff Haben wir nicht sogar schon einen gemacht und Oh irgendeiner hat den Kick verpasst Ich glaub ich war sogar Ich hab jetzt mal Ähm Weiß ich nicht Wer ist denn da? Ach Sneaky oder was? Oder so Na gut Ja Weiß nicht Irgendwie ist es halt immer An Endpost gescheitert Und wir waren auch nie Nur wirklich In so guten Gruppe unterwegs Wir hatten halt immer so einen dabei Der war halt nicht fit Ich glaub es nur Malte war gear-technisch Oder Ah scheiße Du brauchst ein Relic 98 Boah ich krieg immer schon Ja guck mal diesmal den Feld Immer Was hast du denn für ein Kick gekriegt außerdem Pfff 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 So, ich hab'n Jake, ma get it? Pfff Der ist schon Der hat schon raus CP Du weißt, was hast du denn für ein Kick? Boah ich habe übrigens nicht wollt ihr direkt weiter hat eigentlich einer daten so war es jetzt mal gucken in dem lebendigen relikt kostet nicht wie hoch ist das 98 nur vielleicht brauchst du es ja für was anderes 98 habe ich übrigens erhöht die von der blinden ist nicht so interessant ich guck mal für second prozent kenne ich unsere kam so dass kardasan ja wird sein oder so ja nämlich 98 ich habe da abgebrochen danke ich habe selten also lange nicht mehr so ein schöner anerlebt so was machen wir jetzt ich will nicht wollen wollen dann vergrauen wir den neuen tank nur ein ist längst nicht mehr so schlimm wie es die holen reizen sagt ich heute das war schon richtig und jetzt wollen 16 laufen dann kannst du dir der 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 löscht alle von uns bei einem 16 und 13 das ist ein riesenunterschied es ist vor allen dingen nicht nur auf suka schieben dass es nicht lief so die dass es niki da an der einen stelle gesippt hat oder mich oder weiß nicht das sind so sachen können wir uns in einem 16er nicht erlauben also ich weiß dass malte diese woche gesagt hat dass er in hallen drei zunahmen zwei kisten ja akkus ist aber schöner zu spüren akkus war wesentlich leichter vor allem mit einem guten tank alter merkst du halt auch haben wir nicht einen anderen key ildo was hast du denn für einen key verliest 12 ja also da haben wir unseren key auf gehts poste mal das test ok hat sich erledigt achso wer dem verliest 12 easy ja welch schöner willst du das relic haben und genau da kann sogar mein relic hier kommen das ist ein schöner run hat jetzt eigentlich einer gesamtdaten weil meine waren so von der letzten ini mit drin ne hab ich nicht denke ich ne hab ich nicht ne hab ich nicht ich glaub das ist auch gemischt ja gammt ja du bist inni vor mir also nicht vor sneaky glaube ich was führt euch hierher also der unterschied ist halt immer so brachial bei uns ich weiß gar nicht naja du bist immer auch ein bisschen besser als du auch multi-target naja ich warte noch 7,25 ich warte auf 7,25 ja aber ich krieg auch 4% ne ne das ist morgen ne darum geht es nicht sondern 7,25 wo die noch immer richtige Änderungen reinballern wollen ja dann krieg ich noch mehr buffs warte mal da wurden ja schon berechnung angestellt die 6% buff ähm reichen nicht um feuer wirklich gegenüber den anderen also gegenüber frost irgendwie kompetitiv zu machen die meisten werden jetzt erstmal frost bleiben es sei denn in 7,25 ändert sich was feuer reicht dir also der buff 6% wird wahrscheinlich reichen damit feuer nicht mal komplett garbage ist so also gerade auch die blocks du siehst ja das wenn du um die blocks geguckt hast das feuer mit knapp 100k dps unter dem letzten war das ist richtig 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 unteres bleah aber es ist schon mal positiv wenn uns der auch als gut empfindet ne ja ja weiß nicht mehr mit so einer die sind dann auch die geilsten ganz ehrlich das ist echt er hat ja also man hat gesehen dass er die unikante und er hat gesehen dass auch wir die unikante ganz einfach wir haben ja genau so gewusst was wir machen wie er wusste was wir machen oder sonst wer hat hier damit einverstanden ich weiß noch nie ob ich es tue wenn ich das auf YouTube veröffentliche mögliche ja auch klar egal dann nimmst du eigentlich noch auf gerade ich nehme noch auf ja aber ich kann ja sachen schneiden naja ich war einen kleinen penis ach so markt 4 prozent abgestattet wurde ich hab eben zu sagen es kann nicht das soll lesen hier sind jetzt immer noch warten hier was macht mir ich bin auf dem flug da mal so rum das ist nicht also ich fliege ja gott halt hin aber denke das sind doch aber fast alle meine abilities soweit ich das hier sehe das einzige was sie nicht increased haben ist halt der schaden ne selbst mal Wind Burst ja aber irgendwas müssen wir weglassen oh wow ich stehe halt alle ich als solcher wichser portet mich raus und resetet jenny ach so haben wir seitdem unsere gruppe nicht einmal aufgelöst ne naja warte mal hier ich geh mal zur seite hier nochmal naja der mit seinem dicken falken schon wieder hey ich verstehe das nicht äh ich würd mich erst raus porten bevor ihr den her portet was noch geht der auch in die in die rein und dann steht der ganz richtig stehen äh der hat nen Lied gerade ich sehs bei mir nicht wen ich hab ich würd gerne ich warte bis die hier steht ich bin schon draußen resette ich bin gar nicht gestorben ich hab mein buffgut immer noch drin ich bin gar nicht gestorben ich hab mein buffgut immer noch drin ich bin gestorben einmal ne ach so und er ja ja du hast zwei mal gestorben ne einmal ach ne zweimal so ich lasse die skader daten jetzt zurück ich auch naja na jetzt machen das eh alle jetzt ist es wieder nicht mehr ich wollte mich auch noch indirekt daran erinnern naja ok jetzt gehts richtig ab so